Verkehrsbehinderungen an der Kreuzung zwischen der 101 und der 405. Ich empfehle die Kreuzung weiträumig zu umfahren. Und Anflug in die Freiheit! Ja, Sie haben's gehört. Ich werde verreckt. Sehe ich da unten eine telegene Hausfrau, die Kunstobjekte aus Eis stielen macht? Los, bring den Vogel runter. Ich wittere leichte Nachrichten. Ich würde Sie gerne in meiner preisverdächtigen Sendung bringen. Cat Brockmans kennt interessante Menschen. Wirklich?